Ein wunderschönen Guten Tag, es ist schön bei euch zu sein. Danke für die Einladung. Danke für das Vorrecht, das Wort Gottes hier verkündigen zu dürfen. Und danke für das Gebet, für das Segen. Somit kann ich jetzt loslegen. Und viele Grüße aus unserer Gemeinde aus Bremen von Haus der Begegnung. Ich habe heute... Ich habe heute nach dem Gottesdienst erzählt, dass ich hierherfahre und sie haben mich gesegnet und haben gesagt, dass ich euch grüßen soll. Okay, ich möchte heute darüber reden, dass wir uns von Furcht verabschieden sollen, von Ängsten. Wir wissen, dass es reale Gefahren gibt. Auch wie ich gemerkt habe, auch in eurer Gemeinde ist so ein Fall, ein Trauerfall, wo jemand von Corona verstorben ist. Also mein Herz ist Beileid. Also die Gefahr ist real. Aber müssen wir Angst haben? Wir müssen keine Angst haben. Weil die Angst, das ist die Waffe des Teufels. Deswegen ist mein Titel heute, fürchtest du dich noch oder glaubst du schon? In Markus 5 lesen wir über einen Mann namens Jairus. Er war der oberste in der Synagoge. Er kam zu Jesus, ist vor ihm niedergefallen und bat ihn, dass er zu ihm nach Hause kommt, um seine Tochter zu heilen. Seine Tochter war sehr, sehr krank und lag am Sterben. Und Jesus sagte ihm auch zu, dass er zu ihm kommen würde. Doch eine Menge von Menschen waren um Jesus herum. Und sie hielten ihn auf. Und währenddessen, da kam noch diese Frau, die ihn berührt hat und geheilt wurde. Und Jesus wurde deswegen auch aufgehalten. Und ich denke, man kann sich versetzen in die Situation von diesem Jairus. Wahrscheinlich hat er gedacht, die Frau hat schon so viele Jahre, war so viele Jahre krank, sie könnte ja noch einen Tag krank bleiben, aber meine Tochter stirbt. Doch Jesus nahm sich Zeit auch für diese Frau. Und währenddessen kamen schon die Männer von Jairus und sagten zu ihm, Bemühe den Meister nicht mehr, deine Tochter ist tot. Als Jesus das hörte, seine erste Reaktion war, er drehte sich sofort zu Jairus und sagte, fürchte dich nicht, glaube nur. Menschlich gesehen, da gab es nicht mehr zu Ende. Die Tochter war tot. Doch Jesus kann auch die Toten auferwecken. Deswegen sein Appell war, fürchte dich nicht. Weil Jesus wusste, dass die Furcht den Glauben blockiert. Und Jairus hörte auf Jesus und sie gingen weiter und Jesus kam und die Tochter ist wieder zum Leben gekommen. Die Geschichte kennen wir. Wenn wir uns gesagt haben, dann ist sie eine Tochter und eine Tochter zendet und schaffet. Das ist eine Mischung. Für den, der vor einer Angst gepackt ist, für den gibt es kaum Schanzen für Wunder. Für den aber, der glaubt, ist alles möglich. Die Bibel sagt, Jesus sagt, alles ist möglich, dem er glaubt. Da steht in Markus 9, 2. Alles ist möglich, dem der glaubt. Der Glaube ist eine wichtige Grundlage für Wirken Gottes. Eiman ist eine große Herausforderung. Die Bibel ist eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung. In Hebräer 11, 6 lesen wir, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm Gott wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohene wird, welche ihn suchen. Glauben und Angst nicht zusammen. Entweder wird die Angst dominieren oder der Glaube. oder der Glaube. Jesus wusste von diesem Prinzip und deswegen lehrte seine Nachfolger, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Glaubt nur. Seine Nachfolger sollen ohne Furcht sein. Der König David sagte im Psalm 27, Vers 3, Mag ein ganzes Heer mich umzingeln? Ich habe keine Angst. Auch wenn es zum Kampf kommt, ich vertraue auf ihn. Padishai Davut der Mazmure bist du haf michge, agar laschkari be mukabele ba man urduzanat, delam nechkohat tarzid, agar jank bar man bar pasche wat dar annis et minan khah hamdarsch. Warum konnte David so etwas sagen? Woher hatte er seinen Mut? wirst du es gibt keine Menschen, die überhaupt keine Ängste haben. Die Mutige sind die, die die Angst bekämpfen können und die die Kontrolle nicht verlieren, über die Ängste Kontrolle behalten. Die anderen, die nicht zum Mutigen gehören, die werden von Ängsten kontrolliert. Das Volk Israel es gibt so eine Geschichte in der Bibel das Volk Israel war samt ihrem König David König Saul meine ich die waren wie gelähmt vor Angst weil ein riesiger Mann namens Goliath hat sich aufgestellt und machte denen Angst. das Volk Israel und der Paddashar und Saul aus Tars wirklich wie sie nicht konnten bekommen als Mard die nicht Goliath und Goliath waren. Doch dann kam David Ein junger Hirte, der keine Ahnung hatte, wie man Krieg führt. Und stellte sich diesem Riesen entgegen und gewann. Woher nahm er seinen Mut? Also Gott appelliert an vielen Stellen in der Bibel an uns, an die Zuhörer, an die Leser, auch an diejenigen, die er in seinem Werk gebraucht, immer wieder sagt die Bibel, fürchtet euch nicht. Der Zacharias, der hohe Priester war, kam in den Tempel. Und Gott wollte gerne mit diesem Mann noch etwas machen, obwohl er schon sehr alt war. Er wollte, dass er und seine Frau ein Kind zur Welt bringen, obwohl sie schon unfruchtbar waren. Oder immer noch. Und dafür ist eine Erscheinung des Engels benötigt worden. Und das Erste, was der Engel machte, er sagte, fürchte dich nicht. Und das Erste, was der Engel machte, er sagte, fürchte dich nicht. Wenn die Menschen dem Übernatürlichen begegnen, sie sind meist verängstigt. Ich bin an sich kein ängstlicher Mensch. Auch als Kind war ich mutig. Doch es gab etwas, wovor ich Angst hatte. Weil ich einige Gruselgeschichten gelesen und gehört habe, hatte ich Angst vor übernatürlichen Erscheinungen. Und somit im Dunkeln hatte ich Angst. Nicht vor Menschen. Sondern vor irgendwelchen Erscheinungen. Und meine Lieben, der Teufel möchte Menschen lahmlegen durch Ängste. Aber Gott sagt, fürchtet euch nicht. Auch bei Maria war das so, dass sie Engelerscheinungen hatte und hat sich auch gefürchtet. Und in Lukas 1, Vers 28-30 lesen wir, Und der Engel kam zu ihr herein und sprach, Sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das Gruß bedeuten soll. Und der Engel sprach zu ihr, Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Das Übernatürliche, so wie Engelerscheinungen und so, das macht Menschen Angst. Aber von der anderen Seite, genau die Offenbarung Gottes, die Macht auch mutig. Elisa war ein mächtiger Prophet Gottes im Alten Testament. Er hat sehr viele Wunder verbracht. Und es war mal so eine Situation, als der syrische König Israel angreifen wollte. Wurde von Elisa, dem König von Israel, bekannt gegeben. Seine Pläne wurden dem bekannt gegeben. Und der syrische König dachte, was ist das, denn haben wir einen Verräter unter uns? Dann wurde es ihm mitgeteilt, hey, es gibt einen Mann Gottes, einen Prophet, und er hat die Information und überbringt diese Information seinem König. Dann wollte dieser König Elisa vernichten. Die Bibel berichtet uns, dass eines morgens sie aufgewacht sind und der Gehazi der Diener von Elisa sah und erschrak, weil da sehr, sehr viele Soldaten um die hier rum waren. Die Bibel berichtet uns, dass der Gehazi die 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 Gehazi geriet in Panik. Mein Herr, mein Herr, wir werden vernichtet. Doch Elia dagegen blieb ruhig. Das ist übrigens ein Markenzeichen von denen, die mit Gott unterwegs sind, die intensiv mit Gott unterwegs sind, die werden von diesen Umständen nicht so schnell beunruhigt. Er blieb ruhig. er poe Såhn Diener machte aber weiter viele Worte und hatte voll Panik. Elisa dann sagte zu dem verängstigsten Diener, steht in 2. König 6.16, er sprach, fürchte dich nicht, denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. Dann betete Elisa, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sie sieht. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah und sie sah, da war ein Berg von feurigen Rossen, voll von feurigen Rossen und Wagen um Elisa her. Und als die Aramea, hier steht Aramea, in einer Besetzung Syrer, zu ihm hierher kamen, betete Elisa und sprach, Herr, schlage dieses Volk mit Blindheit. Und er schlug sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas. Die Geschichte ist sehr interessant, also ich will sie jetzt nicht ausbauen, wer nachlesen möchte, kann zu Hause nachlesen. Wer ist weitergegangen? Das ist aber nicht mein Thema heute, mein Thema ist, fürchte dich nicht. Also die Situation war wirklich nicht einfach. Aus menschlicher Sicht, auswechslös. Dramatisch. Der Diener Gehazi war kein Panikmacher. Er war nur Realist, er hat gesehen, dass was er gesehen hat, das war real. Doch Gott war auch Realist, aber Gott war auch Realist. Halleluja. Durch was veränderte sich die Situation? An sich die Situation war die gleiche. Doch Gehazi wurde vor allem Ruhig. Seine Sicht wurde verändert. Weil Gott ihm die Augen öffnete. Hin und wieder durchleben wir auch Situationen, die alles anders ist als einfach. Doch wie schlimm auch die Lage sein mag, die kann zum Besseren verändert werden, wenn wir die Sicht Gottes bekommen. Wenn die Augen unseres Herzens geöffnet werden. Und uns göttliche Realität vor Augen erscheint. Und die Wahrheit der Glauben. Fürchte dich nicht. Ich bin Tars. In 2. Timotheus 1.7 lesen wir, Wenn Gott uns nicht ein Geist der Furcht gegeben hat, warum gibt es dann so viele Christen, die sich immer noch fürchten? Die sagt, Christi, erstens, wir befinden uns im Geistlichen Krieg. Wir kämpfen gegen unsichtbaren Feind. Und diese Kämpfe sind real. Wenn du an Jesus Christus glaubst, du hast die Seite gewechselt. Und der Teufel attackiert dich. Er attackiert dich in deine Gesundheit. Er attackiert dich in deine Familie. Er attackiert dich mit Finanzen. Und der Feind lässt sich nicht gerne vertreiben. Er versucht, mit aller Macht das Feld zu behalten. Zweitens, ohne Widerstand ist der Kampf verloren. Wenn wir untätig sind, werden wir besiegt. Jemand sagte, Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und drittens, was können wir dafür tun, dass wir den Feind vertreiben können und gewinnen können? Wir sollen reif im Glauben werden. Wir sollten die Babys schickt man nicht in den Kampf. Doch geistliches Baby zu bleiben, ist auch keine Alternative. Darum, wer denkt, ich könnte mich aus diesem Kampf heraushalten, der ist auf dem Holz weg. Wir haben mit einem skrupellosen Feind zu tun. Er ist kein Gentleman. Er schlägt auch die, die auf dem Boden liegen. Es bleibt uns also nichts anderes übrig, als stark im Glauben zu werden. Um ihm Widerstand leisten zu können. Dem Feind zu widerstehen. Also willst du den Feind vertreiben? Dafür gibt es so einen Weg. Widerstehe ihm. Jakobus 4.7 sagt, Widerstehe dem Teufel, so flieht er von euch. Und Petrus sagt, Widerstehe dem Teufel, fest im Glauben. Wir brauchen Glauben. Unser Glauben muss aufgebaut werden. Weil der Glaube vertreibt die Furcht. Wie kommt man zum festen Glauben? Wie kam dafür zu diesem Glauben? Und zu diesem Mut? Der so sagen konnte im Psalm 27.3, was wir schon gelesen haben. Wer sich ein Heer gegen mich lagert, so fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Wir sehen aus der Bibel, dass David verbunden war mit Gott. Er sagte über Gott nach. Er sagte über Gott nach. Er redete über Gott. Er sang viele Lieder über Gott. Die Psalmen die wir in der Bibel haben. So viele sind von David geschrieben. Er dachte das Wort Gott nach. Er dachte über Gott nach. Er redete und sang. Sohbet meekert. Zuruht meekont. Und sein Glaube wurde auch durch Werke lebendig. Wir wissen, Jakobus sagt, der Glaube und der Werke ist tot. Bei David war der Glaube durch Werke auch lebendig, weil er immer wieder Werke des Glaubens tat. Als Hirte verteidigte er mutig seine Herde und sah, dass der Herr treu ist. Dass der Herr ihm beisteht. Und ihm Sieg schenkt. Also damit man ohne Furcht leben kann, muss man sich mit dem Wort Gottes fühlen. Das ist eben nichts Neues. Hören, lesen, nachsehen, sprechen. Hören, lesen, nachsehen, sprechen, tun. Richte dich nach dem Wort Gottes, denn das Wort Gottes wird dich einmal richten. Jesus erzählte ein Gleichnis. Aus Markus 4, 9 bis, also 3 bis 9. Ich lese jetzt und dann liest du. Ja, ich versuche es. Hört zu. Siehe, der Ehemann ging aus, um zu sehen. Und es geschah, als er sehte, dass etliche auf den Weg fiel und die Vögel des Himmels kamen und frassen es auf. Anders aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte und es ging zugleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt. Und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und anders fiel unter die Dornen und die Dornen wuchsen auf und erstickten es und es brachte keine Frucht. Und anders fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, die aufwuchst und zunahm und etliches trug 30-fältig, etliches 60-fältig und etliches 100-fältig. Und Jesus sprach zu ihnen, wer Ohren hat zu hören, der höre. Also, heutzutage benutzt man auch Ohren und Maske zu tragen. Aber an sich, Ohren sind dafür, um zu hören. Ich bin ein Impazer. Und dann erklärte Jesus das Gleichnis. Weiter aus Markus 4, 14 bis 20. Der Zeman sieht das Wort. Es geht um das Wort. Die am Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird. Und wenn sie es gehört haben, kommt gleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihren Herzen gesät worden ist. Und gleicherweise, wo auf steinigem Boden gesät wurde, da sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, so gleich mit Freude aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendig. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes Willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, die sind solche, die das Wort hören, aber die Sorgen dieser Welt und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Und die, bei denen es auf gutem Erdreich gesät wurde, die sind solche, die das Wort hören und erst aufnehmen und Frucht bringen, der eine 30-fältig, der andere 60-fältig, der dritte 100-fältig. Ja. ZEB-ZEBZE Wir sehen hier vier Arten von Zuhörern. Einige sind zwar da, sie hören das Wort, es bleibt aber nichts hängen. Der Satan schnappt das Gehörte weg. Weil da wo mögliche Türen im Herzen offen sind. Der Feinkant da rein und raus spazieren. Und da er ein Dieb ist, wenn etwas schlecht liegt, wird geklaut. Der felsige Boden, da sind Steine und Festungen, da gibt es keinen Platz für Wurzeln. Man möchte schon die Wurzel schlagen, aber das gelingt nicht. Weil zuerst müssen die Steine weg. Da muss manchmal Platz geschaffen werden für Gottes Wirken. Und die dritte Art der Zuhörer, das sind die, die unterdornen. Die werden von Sorgen geplagt. Sagen alle Art. Einige wollen unbedingt reicher werden. Und während man vielleicht das Wort hört, denken sie, wie kann ich noch mehr verdienen. Und wieder sagen, die Träume, die dann zerplatzen. Und so bleibt man leer und ohne Frucht. Aber es gibt auch die, die guten Boden haben. Das sind die, die das Wort hören und aufnehmen und darüber nachsinnen, nachdenken, darüber sprechen. Es ist so wichtig, dass wir das, was wir hören, dass wir uns bemühen, das zu behalten. Einer kam vom Gottesdienst nach Hause und wurde von seiner Frau gefragt, was hat der Pastor gepredigt, worüber? Da sagt er, über die Sünde hat er gepredigt. Und? fragt die Frau. Ja, er war dagegen. Das war alles, was der Mann behalten kann. Also wir sollen den Boden unseres Herzens vorbereiten und bereitwillig zuhören und um das Gehörte nachsinnen. Dafür braucht man Disziplin. Und wir haben gehört, in 2. Timotheus 1,7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und Besonnenheit oder Disziplin oder Zucht. Man könnte auch von der Natur etwas lernen. Zum Beispiel von den Kühen. Die Kühen sind gar nicht so dumm, wie man sie darstellt. Und sie sind ständig am Kauen. Sie sind wiederkeuer. Und wir Christen, wir sollen auch wiederkeuer sein. Das Gehörte sollen wir immer wieder hervorholen. Und nochmal und nochmal darüber nachsinnen. Halleluja. Ein Christ, der vom Glauben voll Glauben sein möchte, der sollte das tun. Ehmann, die wirklich Ehmann, die sehr stark sind, muss er auch das tun tun. Also die Menschen, die guten Boden hatten und dann diese Frucht hatten, 30-fach, 60-fach, 100-fach, was machten sie eigentlich? Oder wie kann man sie bezeichnen? Das waren Multiplikatoren. Die nahmen auf, das was sie aufnahmen, behilten es und geben es weiter. Geben es weiter. Und geben es weiter. 30-fach, 60-fach, 100-fach, die Multiplikatoren. Das gefällt Gott. Somit hat das Wort Gott das Potenzial, sich auszubreiten. Und uns selbst zu verändern, aber auch die Umgebung und Menschen um uns hier rum zu verändern. Worüber denken wir die meiste Zeit nach? Wir bekommen so viele schlechte Nachrichten. Corona hier, Corona da und was wird nach Corona? Das kann einen sehr verunsichern. Und worüber reden wir? Die Bibel sagt, wovon das Herz voll ist, darüber redet der Mensch. Testet dich mal selbst. Worüber redest du? Wenn du mehrheitlich über diese Dinge redest, dann musst du dich verändern. Dann musst du die Entscheidung treffen, mehr über das Wort Gottes nachzudenken. Mehr über das Wort Gottes zu denken. Mehr aufnehmen, damit das, was in dir ist, auch rauskommt. Und das ist dann das Wort Gottes und nicht schlechtes. dann musst du dich aufwesst. Dann musst du dich aufwesst. Mehrheitlich über Gottes zu hören. Mehrheitlich über Gottes zu hören. Mehrheitlich über Man wundert sich oft, dass der Glaube an vielen Sachen nicht ausreicht. Und dabei, wenn man mit Ängsten und Sorgen geplagt ist, kann man nichts anders erwarten. Der Glaube braucht Raum. Jesus, der uns in allem vorangegangen ist, er war ein Mann des Glaubens und ein Mann des Wortes. Er war voll des Wortes, aber sogar selbst das Wort. Und wir sind berufen, das Gleiche zu tun. Da kommen wir also nicht drum hier rum. Wir müssen uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, damit der Glaube wächst. Und die Resultate werden nicht auf sich lange warten lassen. Und da können wir zusammen mit David sagen, wer sich ein Herr gegen mich lagert, so fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Fürchtest du dich oder glaubst du schon? Ja, du mitharzt oder ich bin. Also nochmal diese Stelle aus 2. Timotheus 1,7. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Gott hat uns etwas gegeben und das ist nichts Schlechtes. Er gibt uns nicht Furcht, er gibt uns nicht Verdammnis, er gibt uns nicht irgendwelche komische Sachen, er gibt uns was Gutes. Er gibt uns und das was ihr habt ist der Geist der Kraft, der Geist der Liebe und der Besonnenheit. Halleluja! Ein Geist der Kraft zu haben, das heißt ich gebe keinen Raum für Angst, ich gebe lieber Raum in mir, in meinem Herzen für den Geist der Kraft. der Kraft zu haben, wenn ich voll von dieser Kraft Gottes bin, dann wird der Feind ein Borge nur mich machen und lass den Geist die Liebe in uns Raum nehmen. Die Bibel sagt, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Je mehr Liebe in uns, desto weniger Furcht und dann der Geist der Besonnenheit die Disziplin das Gehörte umzusetzen. Deine Situation mag schlimm sein. Aber wie auch immer deine Situation ist, denke an Elisa. An seine Ruhe in Angesicht der Gefahr. An seine Ruhe in Angesicht der Gefahr. Und Elisa blieb nicht alleine ruhig, er verbreitete die Ruhe. Er sah seinen verängstigten Diener und er betete für ihn. Und da sagte der Herr, öffne seine Augen. Diener und er verbreitete wie es hier gelesen haben in 2. König 6. 16. Er sprach fürchte dich nicht, denn die welche bei uns sind, sind zahlreicher als die welche bei denen sind. Das Wort ist auch für uns ganz aktuell. Fürchte dich nicht, denn bei uns sind viel zahlreicher als bei denen. Gotteskraft ist viel größer und viel mächtiger als alle Corona zusammen genommen. Oder was auch immer für Probleme wir haben oder durch die wir durchgehen. Gott ist in der Lage uns zu helfen. Wir sollen uns nicht auf Probleme fokussieren, sondern auf Gott fokussieren. Gott ist größer als jedes Problem. Er spricht uns zu und sagt fürchtet euch nicht. Warum sagt er das? Weil er an uns wirken will. Er will sein Werk mit uns tun. Darum sagt er wie bei Zacharias, wie bei Maria, wie bei Gideon, wie bei vielen anderen, fürchte dich nicht, ich will mit dir was machen. Wenn du dich fürchtest, kann ich mit dir kaum was machen. Gott ist zwar allmächtig, aber er ist auf unsere Mitarbeit angewiesen. Er gibt uns immer wieder sein Wort. Er mutigt uns und sagt immer wieder fürchtet euch nicht. Möge der Geist Gottes auch heute die Augen des Herz öffnen, dass wir wirklich geistliche Realität sehen. Weil unser Gott ist größer. und er ist an unserer Seite. ist für uns. Und in Römer 8, 31 lesen wir ist Gott für uns. Wer kann gegen uns sein? Ist Gott für dich? Amen. Wer kann gegen dich sein? Und er soll geglaubt werden. Und der Glaube kommt vom Hören. Und somit wirkt diese Glaube zu. Deswegen gebe Raum für diesen Glauben. Gebe den Raum für Geist Liebe. Für Vollkommen Liebe die Angst vertreibt. Und dann erwarte dass Gott mit dir wirken will. Denn die von Gott etwas erwarten die sollen glauben er ist da er ist da er ist da und er ist ein Belohner sein. Amen. Wir wollen beten. Vater Gott wir ehren deinen Namen. Wir danken dir dass du Himmel geöffnet hast dass du deinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde kommen ließ der eine Verbindung zum Himmel herstellte und dass wir jetzt immer durch Jesus Christus zu dir kommen können. ganz nah an dein Herz danke dir dass du uns reingewaschen hast durch das Blut von Jesus dass du uns neue Gleider der Gerechtigkeit angezogen hast und dass wir dein Volk sind und dass wir herrliche Gegenwart und noch herrlichere Zukunft haben und Gott schockt wir eine höre und eine hal sehr halie haben und du sagst dass es noch nicht fertig ist und du weiter mit uns arbeiten und du arbeitest daran um unseren Glauben aufzubauen damit wir furchtlos sind wie Jesus Christus dein Wort sagt der Gerechte ist mutig wie ein Löwe und diese Gerechtigkeit brauchen wir nicht verdienen die hast uns durch den Glauben geschenkt und wir ehren dich dafür und wir danken dir dafür und wir beten dich an Danke Vater Amen Amen